ja einen wunderschönen guten morgen sebastian hier von der vermodels herzlich willkommen zum 19 12 noch fünf tage bis heilig abend deswegen machen wir jetzt hier mal ganz schnell weiter nummer 19 von unserem rc control kalender so schauen wir mal wo ist die 19 so viel ist ja eigentlich gar nicht mehr 18 20 22 23 hier ist die 19 so also ein seiten verkleidungsteil und ihr kennt es schon großer beutel kleine schrauben nein falsch kleiner beutel große schraube viel spaß so 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 damit war es das auch für heute seitentür hängt ich vermute mal dass morgen in der ausgabe 20 die zweite seite drin liegen wird also die steuerseite ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr auch wieder dabei seid zu einer neuen folge von unserem controller hier von rivel also macht es gut bis dahin ciao ciao lasst einen daumen nach oben da unten abo wenn es euch gefallen hat wir sehen uns morgen tschüss abo wenn es euch gefallen hat und abonniert wird es euch gefallen hat und dann ver